Mit diesem genialen Produktivitätstipp wirst du bei deiner täglichen Arbeit am PC sehr, sehr wertvolle Zeit sparen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir das Textbaustein-Tool Phrase Express. Das ist ein mega Produktivitätstipp. Ich selbst spare mir mit diesem Tool jeden Tag mindestens 30 Minuten meiner Zeit, wenn nicht sogar mehr. Naja, dieses Tool gibt es für den Mac und auch für den PC. Und hier im Video siehst du ja den Download-Link, aber wenn du nach diesem Tool suchst, findest du es eh sofort. Meiner Meinung nach ist es das beste Textbaustein-Tool, das es derzeit gibt, sowohl für den Mac als auch für Windows. Der Fokus bei diesem Tool liegt darauf, Punkt Nummer 1 Zeit zu sparen, Punkt Nummer 2, dass du Fehler vermeidest. Denn durch Textbausteine musst du selbst nicht zu viel tippen und kannst auch keine Fehler einbinden. So viel zum Einstieg in dieses Video. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns Phrase Express direkt live einmal an. So, ich habe hier ein Texteditor vorbereitet. Das funktioniert aber mit Outlook, mit Word oder welche Softwarelösungen du verwendest, natürlich ganz genauso. Bei dem Mac findest du hier rechts oben Phrase Express einen Button, bei Windows entsprechend rechts unten. Aber darum geht es jetzt nicht, denn Funktionsweise ist eh dieselbe. Wenn du darauf klickst, findest du die von dir eingestellten Textbausteine. Bei dir ist das natürlich am Anfang leer, das musst du dann selbst noch befüllen. Und ich wähle jetzt einfach mal hier Codeschnipsel wackelnder Button und füge das ein. Und dann habe ich hier diesen Code, den ich hier haben möchte, eingefügt. Das funktioniert natürlich nicht nur mit Codes, sondern ganz genauso mit Links. Hier ein Link zu meinem YouTube-Kanal als Beispiel und mit jedem erdenklichen Text. Wenn du hier auf die Textbausteine klickst, kannst du mit der rechten Maustaste auf Bearbeiten klicken. Und dann hast du hier die kompletten Optionen. Und du kannst hier unter Phrase Express einen neuen Ordner anlegen. Videoordner. Na, nenne ich den jetzt einfach mal. Rechte Maustaste, neuer Textbaustein. Dann kannst du dem Textbaustein einen Namen geben. Test 1, 2, 3 nenne ich diesen jetzt. Und dann kannst du hier, hallo Vorname, das ist mein erster Textbaustein Test, viele Größe, Oliver Pfeil. So, jetzt möchten wir hier das noch in Fettschrift. Du kannst das also hier mit den Dingen auch editieren oder die Schriftgröße vergrößern oder ändern, wie du das gerne haben möchtest. Und was jetzt wirklich sehr, sehr cool ist, ist, dass du hier einen Autotext eingeben kannst. Wenn du dieses Kürzel eingibst, dann wird sofort das in diesen Text geändert. Alternativ kannst du auch eine Tastenkombination dazu nutzen und genau das sehen wir uns jetzt kurz an. Ich gebe jetzt hier SW234 ein und dann wird das sofort in Echtzeit ersetzt. Und das Coole daran ist, du kannst jetzt entweder mit diesen Tastaturkürzeln arbeiten oder rechts oben hier darauf klicken und dann das entsprechend einfügen. Ich nutze dieses Tool für exakt zwei Dinge. Zum einen, um solche Textbausteine, die ich benötige, mir hierher zu kopieren. Zum anderen, für drei Dinge, sorry, für Links, beispielsweise hier für den Link zu meinem YouTube-Kanal. Und als drittes, als für Informationen, hier du siehst es, hier kommen dann nach YouTube die Bankdaten, Wissen und Infos, Farben, bestimmte Dinge, die ich nicht für einen Text brauche, sondern bestimmte Sachen, die ich gespeichert habe, um jederzeit darauf zugreifen zu können. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen. Ich konnte dir damit einen Tipp geben. Sehe es dir an, du wirst damit mega viel Zeit sparen bei deiner täglichen Arbeit am PC. Du wirst bestimmte Dinge einfacher erledigen, weil du sie immer vorab gespeichert hast und ganz easy einfügen kannst. Viel Spaß mit diesem coolen Produktivitätstool. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.